so leute ich hoffe ihr musste nach dem letzten part nicht zum organarzt wegen dem gesang falls doch werden wir uns jetzt gemeinsam an ihr rechnen also let's go ich glaube man musste einfach nur auf die boxen schießen ich bin mir gar nicht mehr sicher ja ja okay dann besser dass der mit dem sei das denn aus was haben wir 4000 4000 ich bin gerade überlegen eigentlich auch alles lächerlich schwert damit ja ich glaube noch mal kapazität für armbrust manchmal zweimal mehr weil da hat man ja wirklich gar nischt hier ach ich weiß nicht machen wir so ist jetzt auch eigentlich eigentlich egal komm mit affe energie ist voll brauchen wir nicht hier machen wir noch mal alles kaputt auch was feines und jetzt hier wieder schwingen zack und zack und fertig wo muss man jetzt hier lang ok war sogar richtig wunderbar na warte da hinten sind noch punkte oder das ist einfach nur ein verarschen das gar nichts ok schuss schuss muss auch sein alle hier oa hier voll vogelkampf gerade vor meinem fenster es geht denn hier ab ey ok da war sie oder wie ausgesprochen wird was 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 macht er da war das das war ein schöner headshot also das war jetzt schon geil von mir also doch doch das war jetzt schon cool also das kann auch nur ich sowas ja ok ein affe fehlt dann nehme ich wahrscheinlich vorbeigelaufen oder ich habe gesagt dass ich nicht einsammeln werde ach genau das war ja der eine ach nee ich wollte eigentlich das glaubt mir doch eh keiner fünf punkte super ah cool schuss was hat der denn für eine waffe oder hat der zwei u-wiese oder so ich habe dauerhaft getroffen alter wo ist der typ hin oh man nee das spiel ich war mal besser ich war ich war wirklich mal besser das ist ein bisschen traurig aber hier wieder schön lang gesplattert irgendwie wie viel räume hier noch kommen wie krass der war scheiße aber das lied ist cool ach alle lieder sind cool in dem eigentlich gerade wie hieß das nochmal ähm ich kann schon von vorne anfangen ich muss jetzt erstmal hier hoch und irgendwie gucken dass ich nicht sterbe und ich weiß nicht ob das klappen wird ja schieße ja schieße warte mal da stehen alle auf einem haufen boah ja hier kommen am anfang richtig viele was war das ey alter ah ok da ist ein gettning ja gut da bin ich lachende kreise gerannt also dass das war wirklich unnötig aber der ladebildschirm ist auch ein bisschen lange finde ich da muss man diesen frustrationsmoment noch immer länger durchleben und das ist das ist nicht toll also wirklich ja das ist schon wirklich naja ich bin jetzt mal nicht die boah sie hält sich da halt nochmal dann extra wo fest warum ist das jetzt schon explodiert das wollte ich auch wo bin ich denn hier gelandet ey ok es ist klappt gerade nichts es klappt wirklich nichts das ist der letzte party nicht aufnehmen heute zumindest das letzte kapitel so eins schon mal weniger was willst du überhaupt du bist mal ganz leise zack so wo ist der rest der rasselbande hier oh oh ne war so fast das ist nicht gut was mach ich mit dir ey du kriegst jetzt durchgehend hier die dinge ab du kriegst jetzt durchgehend hier die dinge ab oh man sieht schon gar nichts mehr ich muss hier weg und jetzt pampelt oh oh ja das sieht das eigentlich auch ganz cool oh wir seht doch mal bitte den hier aus auch meno ja jetzt jetzt schießen schön beide pappen auf es müsste auch ruhe sein oder auch nicht das spiel will mich echt verarschen ja guck das ist wirklich die sache die finde ich so lame es ist ein normaler mensch wie kann er so viel schuss aushalten und zack oh mein gott ey das ist wirklich also man fühlt ja schon wirklich mit das ist schon ein ekelhafter stich in die leichten gegen kann ich eigentlich so hoch haben und mit schönem wandlauf zack zack da springe ich immer noch entgegen auf das pass na kommst das war lame ok da ist der letzte so sprung multiplikator einsammeln menschen töten springen cool sein boah nein 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 hoffentlich explodieren die nicht noch ok es gibt doch granaten die wir gerade erfahren haben er hatte zwei granaten kam auf mich zugelaufen und macht hier einfach kamikaze wo sind wir borderlands da haben das die einen typen ja auch gemacht es müsste da genau katz sie kamen bist du verletzt die kamen einfach und dann die kamen und dann gab es ja ist ja gut beruhige dich bist du verletzt die kamen einfach und bist du verletzt nein ich ich glaube nicht wir müssen dich hier wegbringen bevor noch mehr von diesen mistkern aufkreuzen nur noch einen moment zieh wir haben keine zeit ruby warum nur wieso geschieht das denn zu spät hallo ruby mist du faszinierst mich weißt du da bin ich aber entzückt du kommst einfach in mein haus mein haus meine burg und machst ärger und dann denkst du du kannst einfach wieder gehen das fasziniert mich du und deine affigen schusswaffen und dein dein ewiges rumgehüpfen du hast vielleicht nerven und das fasziniert mich eben ja wir haben wir haben es verstanden alle lass dir mal ein anderes wort einfallen so leid unterschätze niemals die macht sich wohl zu führen ja du wirst schon noch sehen du wirst schon noch sehen ja kapitel beendet wunderbar ich glaube das hat heute echt keinen sinn mehr weiter aufzunehmen aber viel ich glaube es gibt nur zwölf kapitel oder waren es elf oder ist das jetzt sogar schon das nächste das letzte oh leute warte wir können ja mal ganz schnell nachgucken ich glaube ich habe es in irgendeinem video habe ich das auch schon gemacht und habe es wieder vergessen na komm wet wet oh 20% ich muss wirklich mal gucken das ist dann das zehnte elfte zwölfte ja ok aber das zwölfte ist glaube ich oder das ist glaube ich nur eine cutscene ja leute wir werden sehen ich würde sagen ich verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten wet video bis dann leute bis dann